Da sind wir wieder in Hazard Ops, äh, mit dem Spielmodus Interfaction sowie Zombiemodus in Ace Auschwitz, wurde mir gerade gesagt, hart. Es gibt einen Oberzombie und kleine Zombies, der Oberzombie ist natürlich der allerstärkste. Ja, das hört sich logisch an. Die kleinen Zombies, die halten halt ungefähr 20 Schüsse aus, danach kippen sie um. Ey, du kannst ja manchmal hier in dem Video als Batman zeigen, ne? Nein, will ich nicht. Da, okay, äh, 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 er ist gleich, äh, Zombie. Karl, lauf die Treppe hoch, ich defende dich. Boah, das ist nicht, ich treffe nicht. Lauf durchs rote Portal, dann sind wir gesaved. Nein, lauf nicht durchs rote Portal, dann seid ihr nicht gesaved. Los, du musst schnell durchs rote Portal. Karl sitzt in der Falle, er kommt hier nie wieder raus. Ja, wirklich, dort kommt man nicht raus, man ist dann tot. Ja, ich, ich komm ja auch nicht mehr raus, ich lauf mich immer grad voll auf der Karte, ich kenn die halt noch nicht. Ja, ja, dann sitzt er auch um das Karl. Er ist hinter dir. Alter. Oh nein, er geht durchs Portal, er geht durchs Portal. Nein, lass mich in Ruhe. Ach ja, wenn du durch den Cycling-Kern angriffen wirst, wirst du geslowed. Oh ja, ich merk's. Ist richtig witzig eigentlich. Ich komm hier nicht hoch, oder? Ja, du kommst hoch. Achtung, Max, sie nicht. Nicht. Hab mich gekillt. Oh, du hast keiner. Speedboost. Speedboost, ey. Eine Minute. Ey, bin ich der Big Boss irgendwie? Ja, es ist so gut. Ne, ich bin einfach voll schlecht. Wieso bin ich der Big Boss? Ich kenn das Spielmodus noch nicht mal. Ja, halt, da, ich neig. Es wird random ausgewählt, wo ist er, ich bin der Batman. Ey, Batman ist auf der Pyramide und ich bin jetzt unten. Alter, kannst du mal aufhören? Ich komm hier gar nicht, ich kann nicht mehr laufen. Hallo, ich kann überhaupt keinen Schritt mehr tun. Ich hätte nicht den Fuß auf. Denn ich bin Batman. Kann man irgendwie springen oder so? Na, na, helf. Ist alles außer... Ich glaube, ist alles außer springen hier. Und da... Hier unten. Hallo. Sag mal, ignorierst du mich? Ich war direkt unten bei dem Portal und hab gewartet, dass es mich frisst. Okay, dann schieß ich halt ab. Ja, danke, ich kann... Mhm, danke. Hallo. Ja. War ich als einziger... Noch eine Minute mehr und ich hätte dich messern müssen. Ich war als einziger Zombie oder was? Ja. Ja, du warst als einziger Zombie. Oh, ne. Oh, ne. Mal gucken wir jetzt dort. Das ist aber witzig. Olli, ich bleib mal in deiner Nähe, ne? Du sollst von niemandem in der Nähe bleiben am Anfang. Jeder ist dein Feind. Oh mein Gott, außer Maxi renn, renn, Maxi renn. Es ist toll. Ah, ich kann nicht gehen. Wer ist Zombie, wer ist Zombie, wer ist Zombie? Halt, es ist... Schieß auf ihn, renn, renn. Ich bin tot ausgeliefert. Renn, ich schieß drauf. Renn hoch, renn hoch. Ich kann nicht ja durch. Was ist das für ein Scheiß? Es ist immer warten, dass du durch kannst. Nein, ich muss reloaden. Maxi, hilf mir. Schieß drauf. Lass mich durch, lass mich durch, du Idiot. Was sagst du überhaupt? Auf der Pyramide. Oh, ja. Schieß drauf, schieß drauf, schieß drauf, schieß drauf, schieß drauf, schieß drauf. Schieß drauf. Schieß drauf. Schieß drauf. Schieß drauf. Jawoll. Hallo. Ach, knapp, Alter. Wir waren betig hier und er war direkt dort. Ja, ich hab's gesehen. Also den Rest von ihm. Ja. Ey, guck mal. Da unten. Da ist er. Er gibt das gelbe Tor. Ich werfe eine Brandgranate zum Schutz. So? Ey, nein, ich habe eine Brandgranate. Ich wollte einfach Maus umwählen. Das ist eine Brandgranate, die brennt, nehmt. Ach, Mann, Alter, ich komme gar nicht weg. Ja, das ist mega mies. Ja, seltsame Mäuse schaffst du nicht immer, alle Leute zu töten. Warum? Du bist ja auch ein, ja. Ich snipe dich mit einer Pistole und treffe jeden Schuss. Ha, ha. Oh, Maxi. 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 Ich will nicht gekillt werden. In deiner Nase. Er ist auf der Pyramide. Ey, jetzt kannst du mal damit aufhören. Du, 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 du kriegst gleich ein Beinsgesicht. Ich habe noch einen Pistolen-Schuss, äh, einen Dingschuss. Das lohnt sich nicht mehr wirklich. Ich mache eine Brandgranate, ich schütte mich damit selber. Ja! Okay, ich verbrenne wirklich. Alles klar, also, oh. Ey, man kann sich hier verstecken. Ey, nein, er sieht dich durch Wärme, er sieht dich in ein Farot-Durch-Wärme-Bild. Ja, man kann sich aber trotzdem hinter so einer Mauer verstecken, das ist ganz praktisch. Ja, ich sehe dich aber trotzdem in ein Farot-Durch-Wärme-Bild, dann kann ich wieder scheiße. Ja, haha, ich glaube, ich habe dich einmal bekommen. Oder? Ne? Ne, ich glaube nicht. Ich bin geschützt, wenn ich mich selbst in so einer Brandgranate-Executed habe. Was kriege ich dafür für ein Symbol? Eine Katze. Was? Du kriegst so einen Troll-Kopf jetzt. Cool. Ey, wo liegen hier so Waffen? Dark Knight, verpiss dich. Wer ist es, wer ist es? Ich. Ich. Du bist gerade da durch und ich nicht. Du kannst mir nicht entkommen. Klaus. Führt vorbei. Nein. Jetzt sind es zwei. Ah, geil, jetzt habe ich es kapiert, auf jeden Fall. Komm, hier. Ich geh durchs Gelbe, du durchs Rote. Oder ne. Ey, ne, du musst euch das Portal und die töten. Geh durchs Gelbe Portal. Ich versuche, wieder runterzukommen. Wieso kann der nicht springen, ey? Was sind das für unfähige Leute? Oh, was ist das denn cool ist? Kann ich das nehmen? Ich hab den Dark Knight. Ich kann ich das nehmen. Ich will ja auch die Waffen nehmen. Kann ich nicht Dark Knight bleiben? Ah. Ich will den Kill haben. Renn. Du wirst es niemals schaffen. Hab's geschafft. Hallo. Hey. Auch Benno. Jetzt war ich auch gerade da. Hallo. So musst du es halt machen, als Infektor. Alles klar, ich hab's so halbwegs kapiert. Na klar, das war meine. Geh weg. Hm, okay. Hier liegt eine Cycling-Gun. Jetzt wäre es nice, wenn ich nochmal wäre. Da wäre Karl gleich tot. Oh nein, Karl ist weg. Weg mit der Waffe, weg. Hier, renn. Renn, 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 renn. Oh. Scheiße. Brandgranate. Hey, lass mich auch durchs Portal, du Penner. Es geht vor Karl. Es geht vor Karl. Komm durchs Portal, schnell, schnell, schnell. Ah, der ist ja hinter mir gewesen. Ah, lalalalalala. Dann werde ich euch. Komm mit mir, komm mit mir. Nein, komm nicht zu dir. Renno ist vor du Portal. Ja, ich bin dabei. Bin dabei. Warte, wo ist der? Wo ist der Kerl? Ich kann nicht sehen. Ich auch nicht. Ich glaube, der ist auf der Pyramide. Er kommt auf die andere Seite hoch. Renn, renn, hier runter. Oh, ja. Mach ich. Oh, ihr seid scheiße. Nein, wir sind zu sehr, super gut. Nein, 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 nein. Ich hab's auf der Minimap gesehen. Wo ist er? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Nein. Alter, das geht nicht. Nein. Boah, das war so knapp, Alter. Auf jeden Fall, das war mega knapp. Rennen. Rennen. Oh, das war so knapp. Das war so knapp. Wegrenn, ich muss, wegrenn, ich muss, wegrenn. Hallo, Kierlaki. Scheiße. Drei Zombies und ein Mensch. Das ist so kacke. Nein, sie verfolgen sie. Sie verfolgen mich. Sie wissen, wo ich lang gehe. Sie wissen alles. Dam, 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 dam. Nein. Nein. Dieser Spiegel ist auch sehr geil. Nein. Geh, geh doch da durch. Ah, scheiße. Wie entkommst du nicht? Boah, okay. Boah, das war sehr knapp mit der Zeit. Sechs Sekunden noch. Ich stelle es auf deiner Leiche. Wie viele Runden noch? Ach, okay. Fünf vor Nacht. Hey, nein, fünf haben wir gesp... Das ist jetzt die fünfte Runde. Es sind noch vier. Also, ja, meine ich ja. Follow me? Oh, ich kann was sagen. Cool. Oh mein Gott, ich bin direkt hinter dem. Was? War noch nie. Ich war noch nie Infektor. Ich war noch nie Infektor, Alter. Renn! Was? Der ist hinter mir. Nö. Hey, wo ist denn hier mal jemand? Alter, kann ich mal kurz aufhören? Wo ist er denn? Da unten. Unter mir. Ich helfe diesen Schick. Leute, hört mal auf, den anderen Menschen zu helfen und rennt bloß mal euer eigenes Leben. Ganz ehrlich. Das macht es keinen Fun. Na, los, renne, Kumpel. Renne. Renne! Karl, hast mir nicht zugehört. Nein, hat er nicht. Das ist sonst scheiße, weil der Infektor sonst 0% Chance im Solo hat. Normalerweise sind es ja drei Infektoren, wenn du mit 16 Leuten spielst. Na, los, 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 renn doch. Boah, mit dem Fetten, ich bin so mega schnell. Äh, nein, die Kleinen sind mega schnell, der Fett ist schwer. Ja, mein ich doch. Der ist einfach bloß tanky. Wie soll ich hier fest? Hallo? Hallo? Du bist logen. So, alles klar. Ich bin froh. Na, komm mal zu mir. Das wäre ganz einfach. Oh, da ist er. Da ist er. Wo denn? Oh, er versucht mit Giftballen zu gelben zu werfen. Ja, ich versuche und schaffe es nicht. Er kommt hierher. Tschüss. Ciao. Karl, das ist eine Sackgasse, nur zur Info. Er hat es immer noch nicht begriffen. Ich sehe nicht, wo ich hinschieße, aber ich weiß, ich schieße auf dich und das reicht mir. Boah, Alter. Ja, komm. Nee, nee, ist okay. Ah, nice. Maximal Amo. Mega, Mann. Sie haben mich aber bloß selbst verteidigt. Darf ich noch ein bisschen laufen? Das wäre ganz nett. Ja. Äh, komm, sei ruhig. Ich kann auch Batman. Ich kann das auch nicht. Ich war noch wie ein Factor, Alter. Und das ist jetzt schon die sechste Runde. Okay, es sollte mir mal weg von dir gehen. Ich habe wieder die Cycling Gun. Ich habe sie fallen lassen. Nein. Ist das uncool. Ich habe so gewusst, dass ich jetzt werde. Ich habe es nicht mehr. Boah. Na, dann jage ich halt mit dir die Luschen. Keine Fuck auf. Hier ist Batman. Nein. Nein. Leck mich. Ich sage, leck mich. Seid ihr? Wir sind Batman. Sind wir ihn. Elf mir, du Luschen. Falsch nachgeladen. Niemandem hilft. Niemandem hilft. Nein, wir haben ausgemacht. Niemandem helfen. Wie soll er nicht? Es steht hier gerade so schön. Nein. Ihr habt mich getroffen. Da kommt Unterstützung. Oh Mann. Los geht's. Ich bin das letzte Überlebende. Söten wir Batman. Ja, okay. Ihr gebt euch das Portal. Ich schneide ihm den Weg ab. Da ist er. Ihr Arschlöcher. Ich schneide ihm den Weg ab. Fuck, ich habe die Splitter. Boah, ich auch nicht. Du gehst durchs Portal. Ich fange ihn ab. Magst du zum gelben Portal. Hier ist er. Oh Mann. Ich plane als Zombie das. Juhu, null fallen. Aber ich gucke es nicht leid, wie es nicht mögen, Zombie zu sein. Die dann sagen, oh, ich bin Zombie. Jetzt muss ich übelst wohnen. Alle anderen Zombies sagen, aber ich bin nur die Menschen zu töten. Und liefen. Aber ich bin mal gut. Ich habe 06. Ich bin Infektor und muss jetzt liefen, weil ich geistig behindert bin. Ja, weil ich diesen Zombie mag. Ich will nämlich muss Überlebender sein. Wer ist? Paul. Ich. Oh, scheiße. Da hat er mich getraptet. Ich lebe noch, 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 aber das sagt... Meine Execution. Dam, 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 dam. Ach komm, das ist sinnlos, wenn es immer so ist. Jedes Mal muss nicht allein um ein Leben gegen zehn weitere Kack-Zombies werden. Ja, hier standen gerade alle an einem Punkt, ey. Aber so klar, Soled. Was so klar. Wer denn sonst? Oh, Menno, komm. Ich habe irgendwas gehört, ich dachte mir, ich bilde es einfach nur eine, gucke ich nach hinten, da ist der Hild von mir. Letzte Runde. Nein, vorletzte Runde, auch doch letzte. Meine. Nein. Pfui. Verpiss dich von mir so nicht. Verpiss dich. Wie oft damit. Witzig war's, wenn ich jetzt Infektor wäre. Äh, lalala. Ah! Ich wusste, der wird. Da war so wenig Infektor dieses Mal, ich wusste, der wird jetzt Infektor. Ich gebe dir einen Tipp, renn um dein Kackleben. Ich kann nicht rennen. Wir haben schon zwei Zombies, dann lass die Waffe fallen, indem du das Mausreiz crawlst. Wie geil, gerade. Du darfst sie nicht überhitzen lassen. What the fuck, nein! Nein, nicht schon wie du. Nein, der ist schneller als ich, der ist schneller als ich. Nein! Nein! Das Portal! Kann man dir helfen? Hey, auf, auf mich zu schießen. Was? Komm ran! Komm ran! Komm ran! Nein! Ja! Oh, ich stehe hier, mitten in der Sackkasse, fett mich gerade an. Oh, Last Swimming Human. Cool, ich bin, boah, ich bin voll hustet. Ist aber klar, die jagen mich ja natürlich, weil ich bin der Pro. Eine Minute left. Hey, ich bin der Pro. Nee, ich hab's gesagt, du bist der Boss, und ich bin der Pro. Willst du jetzt tauschen? Ich bin der King. Nein, ich bin zuerst durch ein Portal. Okay, das war irgendwie total demnicht, dass ich dir genau in die Arm gelaufen bin. Na, weh. Also was war es, dass ich bad? Dass ich bad? Egal, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Sage ich tschau tschau von den anderen bestimmt auch. Tschüss. Tschau. Tschüss. Tschüss. Also,